Und Munition erst mal wieder auffällt! Und weiter geht die Party! Oh ne! One on one! Spass in the building! Dickhead! Hitbox! Bug Deluxe! Ja, und auch hier sieht man viel Beleidigung und wir haben alle! Alle Basen! Ist ja klar, dass ich hier zum Kaffee gehe! Zum Kaffee! In der Hoffnung hier einen oder anderen abgreifen zu können! Come on, come on! History in the making! So, die sprayen da natürlich genauso durch, wie ich hier jetzt mal durchspraye! Ich hoffe, sie werden mich gleich nicht entdecken! So, ich schmeiße da auch mal ne Granate hin! Und weiter geht die Party! Da ist einer! Da seh ich ja die Minimap! Die sind da überall irgendwo! Und zwar in Mass und Mass! Boah, Alter! Hier siehst du auch gar nichts mehr, Yvonne! Haha! Aber auf jeden Fall haben wir alle Basen! So, erst mal hingelegt! Erst mal hingelegt! Erst mal hingelegt! So, und im Moment werde ich anscheinend nicht gesehen! Beziehungsweise wurde auch nicht getötet! So, den Defense-Part scheine ich hinzukriegen! Nur noch der Offense-Part besser gelingen! Und zack! Nur in Hilfe! Nur in Hilfe bei Kill! Schade! Ich muss, glaube ich, auch noch mehr Leute wiederbeleben! Aber das ist am Anfang alles gar nicht so leicht! Oh, hier sind sie wieder am Spawn! Ja, die spawnen natürlich in der Russia-Hope-Base jetzt! Wahrscheinlich, weil die keine andere Spawn-Möglichkeit haben! Wir werden jetzt wahrscheinlich auf die Hope-Base gehen! Das Problem ist, da sind anscheinend zu viele! So, dass wir da kaum eine Chance haben! Und wir dürfen uns hier... Wir müssen uns... Das ist ja auch das Geile am Battlefield! Du musst dich hier jetzt wieder verteilen! Ansonsten hast du ja irgendwo eine Lücke, wo sie durch können und dich von hinten überraschen! Das war anscheinend nur so ein Licht gewesen, oder? Yes, man! Nice! Flagge verteidigt, Gegner eliminiert! Und da ist noch einer! Oh, und den habe ich nicht totgekriegt! Wow, und das war ein Sniper-Shot! Und da war wieder einer irgendwo! In einem Busch! Aber Hilfe bei Kill! Das heißt, der ist tot! Da hinten ist doch irgendwo einer! Du kannst mir das sagen, was du willst! Ja, und da war er! Ich wusste es doch! Im Fenster! Scheiße! Mario Netto! Aufklärer, ballistisch! Ladezugs, blablabla, blablabla und gedöns und gedöns! Aber ich will das Kaffee auf jeden Fall wieder, das Kaffee, das Kaffee wieder weiter verteidigen! Und das sind, ey, ich liebe mittlerweile Battlefield! Was ist das denn für eine geile Scheiße? Das Spiel ist einfach der Hit! Kleine Angst, Singleplayer wird auch noch weitergehen! Natürlich! Aber erstmal wird jetzt auch vorläufig Multiplayer kommen! Ich hoffe, das ist im Interesse aller! Wer natürlich sagt, ich will unbedingt den Singleplayer sehen! Dafür lege ich dann eine Extra-Session ein! Und nehme den Rest nochmal auf! Wer das jetzt möchte! Das ist jetzt so eine kleine Aufforderung an euch! Sagt mir Bescheid! Kann man hier nicht in den Bus stoppen! Und da lagen sonst immer die Snipers! Was haben wir verloren? Das Einsatzziel? Welches denn? Wir haben doch alles! Und jetzt ist hier gefährlich, lang zu laufen! Zack, zack, zack! Da waren schon die ersten Schüsse wieder! Ja, das ist unser! Nicht, dass er da hinten wieder ist! Da hinten ist einer auf jeden Fall! Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Da ist er! Da ist er! Ah, Mann! Leicht drüber gezielt! Leicht drüber gezogen! Und wir haben jetzt den Fahrkaltenschalter verloren! Und das ist jetzt vielleicht nochmal gefährlich! Vielleicht nicht in dieser Runde, aber in echt wäre es jetzt, glaube ich, nochmal gefährlich, wenn es knapp wäre! Oh, ne! Und jetzt mal gucken hier! Hier spawnen sie nämlich jetzt wieder! Das ist natürlich übel! Und den Fahrkartenschalter haben wir jetzt schon wieder! Und jetzt ist es C, was sie halt erobert haben! Nah unserer Base halt! Und da werde ich mich mal mit auf den Weg begeben! Hier lang! So, ich schmeiße auch mal eine Granate runter! Bück mich hier mal ein bisschen! Huhuhuhuhu! Action, 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 Action! So, wir können uns, glaube ich, ein bisschen weiter vorkämpfen jetzt! Und da sieht man auch das nice Teamplay! Zack, alle kämpfen sich weiter vor! Nein, und ich hatte keinen Schuss mehr! Nein! Ha, schade, ey! Mossy, Mac! Glückwunsch! Ich muss da eigentlich... Oh, 94 zu 14! Was geht denn da ab? Ich habe 8 zu 10! Besser als nichts! Ich werde mich beim Fahrkartenschalter einmelden, weil ich will C wieder einnehmen! Oh, wir verlieren jetzt gerade A, sehe ich! Oh, jetzt wird es vielleicht auch nochmal knapp! Boah, ich habe direkt Y gedrückt! Wo auch immer der Typ jetzt ist... Der muss ja irgendwo hier gleich rauskommen! Aber ich glaube, ich hatte gerade Hilfe bei Kill! Das heißt, der Typ ist schon im Himmel! Und jetzt ist das Problem halt... ...dass zu viele jetzt das Augenmerk auf A wiedergelegt haben und hinten haben wir es jetzt leider verloren. So interpretiere ich das gerade. Aus der Sicht eines Loops! Und der muss doch sterben! Bitte sehr, du bist wieder so gut wie neu! Oh, und da war der Typ, ey! Da haben wir A jetzt wieder... C... Ach, jetzt haben wir wieder alle Basen! Und irgendeiner hat gesagt, du kannst das auch markieren oder sowas! Oh, nein! Nein! Fail! 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 Oh, bitte werde ich wiederbelebt! Ja, danke! Oh, war das gerade ein Fail! So, und jetzt bin ich mal gespannt, wo die Leute noch versuchen, was einzunehmen! Und schreibt mir auch bitte in die Comments längere Parts oder kürzere Parts! Ich werde mich jetzt erst für die kürzere Variante entscheiden! Ich werde das ein bisschen zusammenschnibbeln! Aber ihr müsst unbedingt sagen, was ihr haben wollt und je nachdem, das werde ich dann natürlich machen! Je nachdem, was ihr mir da sagt! Wenn ihr sagt, hey, hey, hey! Längere Parts, du Opfer! Dann mache ich längere Parts! Wenn ihr sagt, hey, hey, hey! Hey, hey! Shorties! Dann mache ich Shorty Parts! Klar! Da bin ich ja ganz flexibel! Zack, einfach mal eine Grenade auf den Freien! Danke! Nimm dir die Munition, sagte er! Frei! Und ich nehme mir die Munition! Einfach mal auf den Mann geschossen! Da ist einer umgefallen! Und er tötet uns beide, oder was? Cypronics! Auto-Balance will commence in 25 Sekunden! Ich will bei A hin, beim Kaffee! Denn da ist am meisten Ballerei! Weil da ist das russische zentrale Einsatzhauptgebäude gedönst! Wie auch immer! Und ja, da treffen wir auf den meisten feindlichen Widerstand! Und hoffen, dass wir hier mal wen entdecken! Einer, der sich hier verläuft! Oder einer, der sich versucht, an C anzukommen! Das ist ja eigentlich das Prinzip, wie in jedem Spiel! Wenn man alle Basen hat, auf das Hauptquartier drängen! Und versuchen da, die Leute einzuschüchtern! Beziehungsweise festzuhalten! Oh, da war gerade einer! Hier kommt gleich einer! Und jetzt renne ich mal kurz! Oh! Boah, da hinten sind sie! Da hinten sind sie übelst! Da waren sie übelst unterwegs! So, mal gucken, was hier los geht! Oh nein! Und ich hab immer keine Munition mehr, wenn ich hochgehe! Da hätte ich wieder zwei abnutzen können und ich werde da oben getötet! Bitch, please! What's up! Ah, Mann! Aber insgesamt, wie gesagt, bin ich bisher mit meiner Leistung durchaus zufrieden! Und die M416 werde ich auf jeden Fall erstmal weiterspielen! Und jetzt kann ich hier wieder nicht... Oh, jetzt hab ich wieder die Konsole aufgemacht! Oh, Mann! Ich weiß nicht, wie ich aus dieser verfickten Konsole rauskomme! Close! Close! Undone! Close! Oh, Mann! Das ist doch scheiße! Wie kommt man aus der Konsole raus? Bitte mal, bitte mal, äh... In die Kommentare schreiben! List! Wenn ich List hab, hab ich hier halt übelst viele... Use List, Commode! List! So, keine Ahnung, jetzt sind es natürlich übelst viele! Achso, close! Shut down! Oh, wie komm ich aus dieser scheiß Konsole raus? Oh, Mann! Und ich wollte dieses Ende doch haben! Mann, ey! So, ich wollte diese Folge aus, ¿et third, meine Dankepad? Von психb secrets. Bitte ver. Ich hab�저.